Ja, horchemoll und herzlich willkommen zurück zu Blizzards sagenhaften Kartenspiel. Wir machen erneut ein Ranked Match. Guck mal, was wir denn so für Möglichkeiten finden. Und ich habe mir gedacht, so zur Abwechslung, jetzt machen wir noch zwei Spiele damit und dann würde ich mal ein bisschen mit dem Paladin oder so spielen. Mal gucken. Schauen wir mal. Der macht mir halt unglaublich viel Spaß, aber man... Das Licht wird den Sieg bringen. Okay, diese Nova, die haben ja immer nur den Platz blockiert am Anfang. Und das da... weg. Naja, gut. Besser wie nix. Größe. Kommt die Eilerin? Sie kommt nicht. Dann kommt bei mir der kleine Eilerin. Ich habe ja die Karte mal ausgetauscht, nur für die Optik. Sieht ja viel cooler aus. Was, ihr wolle? Okay. Was kommt noch? Ach, du nimmst mein Auto gleich aus dem Spiel. Ja. Dann würde ich sagen, möchte ich jetzt zwei Karten finden. Das war's. Okay. Okay. Nehmt das! Auf was was watscht? Das kann ich jetzt sehr wenig gebrauchen. Den können wir machen. Eins, vier. Oder den hier. Den hier könnten wir machen und dann gleich den Heiler noch dazu. Vier, den müsste er... Ja, den kann er nicht so ohne weiteres. Okay. Außer natürlich, er hat zwar sch... Ich fache die Karte. Hat er bestimmt. Er hat... Klar. Er hat eine. Ich habe sie nicht. Ich habe zweimal die fünfe Karte. Er hat die Karte. Ich habe sie nicht mehr. Okay. Na, nimmst du mir die Arme? Ist jemand verletzt? Okay, ich dachte schon. Ah, da könnte ich sie ja aus dem Spiel nehmen. Sofort! Das war's. Nice. Jetzt kriegt er zwar auch wieder eine Karte, wenn er möchte, aber... Die bekomme ich dann, glaube ich, auch. Weil das gilt, glaube ich, für... Wenn ein Diener, ja, ja. Okay. Das Dingo! Ja, ha, ha, ha! Ähm. Eigentlich hätte ich gern das hier, aber das kann ich jetzt nochmal einsetzen. Wenn er also mir die nächste Runde raubt. Verdoppeln wir lieber das Leben. So, und jetzt, wenn er seinen heilt, müsste ich auch eine Karte bekommen. Wir gucken mal. Ich glaube, das zählt so. Oh. Oh. Uh-huh. Die Wahrheit ist mein Schild. Spawn! Sofort! Das war's. Müsste mal diese Karte da wegkicken, dass er keine Karten bekommt und ich mich heil. Möchte nämlich eigentlich nicht. Ja, was machst du jetzt? Was machst du? Was kommt? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Noah! Ich bekomme schon eine Karte. Oh, ich kann eine vom Tisch nehmen. Das ist ja cool. Das ist cool. Die habe ich mir nämlich neu dazu geholt, diese Karte. Verursacht zwei Schaden. Das hilft mir jetzt aber erstmal nichts. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Die Gerechtigkeit wird sie. Warte. Warte. Nein, ich nicht. Fuck. Boah ihr alle. Kann ich mir den wiederholen, damit ich eine neue... Nee. Warte mal. Warte mal. Okay. Jetzt hat er nämlich fünf Angriff, das heißt, der kann den jetzt auch... mal kürzerhand herausnehmen. Achso, da hätte ich ihn vielleicht tatsächlich. Vielleicht war das gar nicht so gut. Shit. Na gut, aber das hat dann jetzt die Karte endlich weg. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Die eine von zwei. Okay. Okay. Interesting. Vorwärts. Weg mit hier. Weg mit hier. Und dann... Die Tore sind geöffnet. Bock auf. Die Gerechtigkeit jetzt. Die Zweikanten hast du jetzt hoffentlich nicht frei auf der Hand. Sonst bin ich ein wenig frustriert. Sieht doch gut aus. Warte, noch hat er da... Also gut. Jetzt müssen wir erst mal den da kicken. Was sollte ich mir gründlich überlegen? Die Gerechtigkeit wird sie... Fav ed. ach der hat wie das sehen kann ich nur mal kann ich nicht ach so hat 12 ok ich dachte ja naja naja gut das kann ich nicht ok es geht ihm an den kragen hoffentlich was kommt das was du machen ich habe schon gedacht die abwärtsspirale nimmt kein ending würde die gegner das licht wird den sieg bringen möchte ich das behalten ja schöne anfangskarten der kleine raptor der ist man sollte es nicht meinen aber das ist schon so ein kleines tier der kann schon was ein krieger das wird wieder die hölle größe größe und kick dann gleich schaden von seinem helden was ich immer sehr ärgerlich finde schaden 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 Hallo? Ein absolut verdienter Sieg. Ich möchte da nichts Gegenteiliges hören. Also, wie ich den da in Grund und Boden gespielt habe, ja? Keine Chance. Keine Chance hatte der. Wahnsinn. Das war eine Glanzleistung, eine persönliche Glanzleistung. So gut war ich selten. Das eine Mal kam sehr nah ran, wie der andere AFK war. Da habe ich auch wirklich ganz toll gespielt, von Anfang bis Ende. Ich habe nicht mal Schaden genommen. Keine einzige Einheit. Das war wirklich... so gut hatte ich selten gespielt. Ja, Thrower. Okay. Oh, was ist denn hasst mich? Ja, klar. Ruhe Karten für den Anfang. Und er fängt schon gleich an. Oh, der Typ. Okay. Nix machen. Kann ich nix machen. Und da kommt das Tote hin und es versteckt ihn dann gleich. Hallo? Geht so richtig ab hier. Ist jemand verletzt? Kommt wieder so eine Zauberkarte, schwuppdiwupp. Diener vom... vom Platz wollte ich schon sagen. Färb dich, färb dich. Yay! Ich frage mich ab. Ich würde jetzt net doof klingen, aber hätte net gereist, wenn wir den einfach... still machen. Geht so, wie er möchte. Das wäre mir persönlich genug gewesen, den einfach nur stillzumachen. Dann bringt die Karte ja nichts mehr mit ihrem einen Angriff. Okay, was bist du? Okay. Eins, eins. Alles klar. Äh! Kann der was? Kann der was? Kann der was? Kann der was? Bei allen befreundeten Dienern bist du das Wahnsinns. Kann der was? War Toll! Super! Ich dachte dann, er würde die Karte ja auch wieder zurück verwandeln, aber so... Naja, pfff. Okay. Toll. Ganz toll. Supertoll. Okay, alle Diener. Er zittert! Vor der Macht! Stürmwitz! Wann wir die mal alle kicken? Noch eine Runde? Das war's! Okay, ich brauche unbedingt einen neuen Spott! Zwei, drei mit Spott! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Uh, aua, aua, aua! Kann ich da nicht sagen! Okay. Äh... Plus drei in diesem Zug. Okay. Ich frage mich, ob... Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Zwei davon könnten überleben. Noch eine Runde. Schnell entscheiden. Ja, ja. Schon okay. So wie es gelaufen ist. Der Kampfrausch ist natürlich ein Hammer. Also da, wenn er jetzt... Wenn ich jetzt mal... ran darf quasi. Plus drei, das wurde sechs, zwölf. Das sollte ich mir gründlich überlegen. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29. Gut gespielt. Für die Allianz! Noch eine Runde. Yeah! Und ich bin Stufe... Besser hätte man es nicht machen können. Und das. Und eine Stufe. Und es hagelt ja nur so von Erfolgen. Und wow. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.